Wie funktioniert Käuferqualifizierung und warum die meisten Immobilienmakler dabei in die falsche Richtung laufen und sich am Ende des Tages selber ein Grab schaufeln? Das machen wir in diesem Video und zwar Käuferqualifizierung. Was bedeutet das eigentlich? Immobilienmakler und ich habe es heute wieder in meinem Call, den ich wöchentlich abhalte, Maklerimpulse, live Q&A mit mir, mittwochs um 12 Uhr. Da bekomme ich die Frage, hey, meine Objekte, die flippen gerade nicht, die laufen nicht so richtig. Ich kriege den Deckel nicht drauf. Ich kriege die Immobilie nicht richtig verkauft. Und ja, was kann ich tun? Und das schauen wir uns jetzt mal genau an. Denn wenn ich die Frage stelle, hey, wie gehst du eigentlich mit deinen Kaufinteressenten vor? Dann höre ich immer wieder, dass sehr viele Immobilienmakler vorne am Anfang, wenn ein Käufer, ein Kaufinteressent reinkommt, anfangen zu qualifizieren. Und die gute Botschaft ist oder die witzige Botschaft ist, ich habe es selber vor vielen Jahren so gemacht. Und das war 2005, 2006 und ich habe dann irgendwann festgestellt, hey, wie doof ist das eigentlich, wenn ich jetzt einen Menschen, der sich gerade für eine Immobilie interessiert und völlig egal, ob der jetzt schon reif ist oder der gerade anfängt zu suchen, dann wissen wir alle, ein Käufer braucht so circa sechs Monate bis sogar vielleicht neun Monate oder vielleicht auch mal vier Monate, aber im Durchschnitt so sechs Monate, bis er dann wirklich reif ist für den Kauf einer Immobilie. Warum ist das so? Er hat halt eine Reise, die hinter sich bringt, eine Entwicklung. Und die ist sehr dynamisch. Das heißt, der Käufer, der fängt erst mal an und sagt, okay, ich will ein Haus kaufen. Dann rennt er zwei, dreimal vor die Pumpe, wird vielleicht enttäuscht, ihm wird ein Objekt vor der Nase weggeschnappt. Oder er stellt vielleicht fest, hey, die Immobilie ist für mich die Kategorie einfach zu teuer. Dann switcht er um, vielleicht auf eine Doppelhaushälfte, auf ein Reihenhaus. Dann kommt er zum Reihenmittelhaus. Irgendwann kommt er dann doch zu einer Eigentumswohnung. Dann nimmt er mal noch die Kurve in Richtung, könnte er auch ein Haus werden. Ah, dafür brauche ich aber ein Grundstück. Stellt wiederum fest, ah, das ist aber alles doof, ich kriege kein Grundstück und landet wieder bei einem Haus. So, dann stellt er fest, oh, das Haus ist mir immer noch zu teuer. Dann muss es eben ein gebrauchtes Haus sein. Oder aber vielleicht ein modernisierungsbedürftiges Haus. Was auch immer da passiert, ist vollkommen wurscht. Ein guter, professioneller Immobilienmakler behandelt erstmal alle Käufer exzellent. Denn eine Frage musst du dir stellen. Wie viel Prozent der Kaufinteressenten sind potenzielle Verkäufer? Also schau mal genau hin unter deinen Kaufinteressenten und überlege einmal oder frag mal nach, hey, wie viel Prozent sind darunter, die auch etwas zu verkaufen haben? Und du wirst es schon merken, es sind jede Menge Verkäufer darunter, die du dir versendelst, wenn du die vorne anfängst zu qualifizieren. Jüngstes Beispiel von mir. Ich habe mich für ein Haus interessiert, fürs Büro. Und mein Sohn hat dort eine Anfrage gestellt. Das Erste, was kam, ja schicken Sie uns mal eine Finanzierungsbestätigung. Ich sage, kann ich dir ernst sein, ja? So, wir reden hier von einem Objekt in einer Millionengröße. Und er sagt, er fragt tatsächlich nach einer Finanzierungsbestätigung. Ist ja krass. So, dann habe ich gesagt, ich kenne das Objekt noch gar nicht. Ich habe es mir noch gar nicht angeguckt. Ich wollte erst mal gucken, ob es mir überhaupt gefällt. Kriege ich es finanziert? Ja, kriege ich finanziert. Und er will jetzt erst mal von mir eine Finanzierungsbestätigung mit der Begründung, es waren ja jetzt schon viele Leute da, die sich das Haus nicht leisten konnten. Da habe ich mich direkt gefragt, was habe ich jetzt damit zu tun? Hm, komisch, ja? Also, damit war ich weg. Ich habe gesagt, interessiert mich nicht, ja? Der Punkt ist an der Stelle ganz einfach nicht notwendig. Und völliger Aufbau von Hürden, die an der Stelle gar nichts bringen. Und ich werde es dir sogar jetzt beweisen, ja? Nämlich, wir arbeiten mit natürlicher Qualifizierung. Mit ganz natürlicher Qualifizierung. Aber wir sammeln Leads ein. Und zwar Käuferleads, die heute vielleicht noch nicht potenziell sind. Aber in ein paar Monaten. Und die brauchst du genau jetzt in dieser Marktphase, brauchst du jede Menge potenzielle Kaufinteressenten. Und hier musst du das Spiel bis zu Ende denken. Und nicht immer nur, wer will jetzt dieses Objekt kaufen? Nein, wer will das Objekt nächste Woche, übernächste Woche, nächsten Monat, in drei Monaten, in sechs Monaten kaufen? Ja? Und nicht nur dieses eine Objekt. Dieses eine Objekt ist das Objekt der Begierde, mit dem du Leads einsammelst, wie zum Beispiel bei Verkäufern mit einer Wertermittlung. Oder mit sonst irgendwelchen, mit einer Veranstaltung, mit einem Seminar, mit einem Prospekt oder mit einem Flyer. Ist es auf der Käuferseite doch genau das Gleiche? Also bitte mitdenken und bis zu Ende denken. Also wir schauen uns das ganze Spiel mal an. Zuallererst mal kommt hier die Anfrage rein. Die Anfrage, die kommt rein. Hier. So. Ja? Mach mal A für Anfrage. Das ist das Erste, was reinkommt. Und jetzt passiert Folgendes. Die Anfrage kommt rein und dann wird hier das Exposé verschickt. Ja? So. Und da die meisten Makler noch nicht mal wissen, wie man ein cooles Exposé macht, sondern das aus irgendwelchen Standardprogrammen, CRM-Programmen heraus auslösen und das aussieht, dass einem wirklich schlecht wird von der Qualität her. Ja? Gehen wir einfach mal davon aus, dass dieses Exposé ein cooles Exposé ist. Also ein Wow-Faktor-Exposé. Weil das wäre nämlich wichtig an der Stelle. Das geht automatisch. Anfrage, Exposé. Ja? Und hier entscheidet sich jetzt, ob die Person hier an der Stelle besichtigen will. Also ja, die Immobilie kommt in Frage. Ja? Wenn die nämlich nicht in Frage kommt an der Stelle, ja, dann haben wir ja eine Abzweigung. Ja? Nämlich hier wäre jetzt ein Nein an der Stelle beispielsweise. Ja? Und dann kommt sozusagen ein nächster Move, wenn er also nicht in die Besichtigung anfordert. Aber hier haben wir schon die erste Qualifizierung, ohne dass du einen Ton mit einem Kaufinteressenten gesprochen hast. Und warum kann ich dir das so sagen? Ganz einfach. Weil bei uns 80% aller Kaufinteressenten auf den Makler, auf meine Kunden zukommen und ihnen sagen, sowas haben wir noch nie erlebt. So toll, so cool, so modern, so kundenfreundlich. Weil was will denn der Kunde hier erstmal? Der möchte Informationen haben. Hier in Form des Exposés. Informationen, Bilder, detaillierte Beschreibungen. Ähm, vernünftige Daten zu dem Objekt. Das ist, was er will. Und keinen nervenden Makler, der ihm auf den Sack geht. Sondern ordentlich, Klartext, überschaubar und transparent. Das ist das, was er will. Um dann entscheiden zu können, ob er die Immobilie sehen will. Also besichtigen möchte. Ja? So. Und das ist das, was ein Kaufinteressent will. Und das ist auch das, was du willst. Weil du willst dem Verkäufer beweisen, pass auf, lieber Verkäufer, ich gehe für dich die Extrameile. Zweitens, ich hole Kaufinteressenten ohne Änderern. Drittens, lieber Verkäufer, eine Immobilie verkauft sich in den ersten 10 Tagen, weil da die höchste Anzahl an Nachfrage generiert werden kann. Und das willst du dem Verkäufer beweisen. Weil wenn du es dem Verkäufer nicht beweisen kannst, dass du am Anfang viele Nachfragen, also Anfragen generieren kannst, dann bist du raus aus dem Spiel. Und zwar schneller, als du dich umschauen kannst. Weil Verkäufer werden in den nächsten Monaten und Jahren nicht geduldiger, sondern die werden ungeduldiger, wenn du nicht deinen Job machst. Also eine Immobilie verkauft man am Anfang und nicht nach Monaten. Wenn du heute noch auf die Strategie setzt, Kaufpreise hoch anzusetzen und damit keine Nachfrage generierst, dann schießt du dir ein Loch ins Knie und zwar vom Allerfeinsten. Das ist der grobe Ablauf, wie er passiert. Hier ist Follow-up angesagt. Das heißt also, du gehst auf die Kunden drauf und guckst, was da passiert, um wieder neue Nachfrage zu generieren. Ist der Kunde jetzt hier, wir springen, bei der Besichtigung, ich mache jetzt mal hier nicht weiter, ist der Kunde bei der Besichtigung, dann passiert nämlich Folgendes, nämlich hier gibt es jetzt wieder ein Ja? Ja? Hat er Bock auf die Immobilie? Also Exposé, erster Qualifizierungsstandard, Besichtigung zweiter Qualifizierung. Alles natürlich, alles normal, ohne dass du mit dem Kunden überhaupt sprechen musst. Alles ist easy, klar. Der Kunde qualifiziert sich von alleine. Ja, du rufst ihn an, hey, sie waren ja am Samstag bei meiner Besichtigung, ich wollte mal nachhören, wie sieht es denn aus und so weiter. Und er sagt, ja, nee, vielleicht, weiß noch nicht so genau. Wunderbar, ja. Bei Nein, okay, woran hat es denn gehapert? Ja, was suchen sie denn genau? VIP-Liste, haben sie denn auch eine Immobilie? Ja, ich habe auch eine Immobilie, ich möchte aber erst was kaufen und dann verkaufen. Übrigens auch bei mir im Coaching gibt es ein paar ganz smarte Hacks, wie man Leute, die erst kaufen wollen und dann verkaufen, ganz schnell ändern kann, dass sie nämlich dann erst verkaufen und dann kaufen. Ja, also auch da gibt es jede Menge coole Hacks. Und hier bei dem Thema Ja passiert nämlich jetzt Folgendes. Nämlich jetzt entscheidet sich ja die Person zu sagen, ich kaufe, kaufen oder nicht. Und der Ablauf, was jetzt passiert, ist halt eben sehr entscheidend. Ja, weil jetzt geht es nämlich dann in zum Beispiel Reservierung, ja, oder auf der anderen Seite Finanzierung, ja, und so weiter und so fort, ja. Das heißt, die Dinge sind ganz natürlich. Und hier prüfst du, ja. Und zwar, du prüfst korrekt. Jetzt könntest du natürlich sagen, ja, aber wenn er jetzt das nicht leisten kann, dann stehe ich jetzt da. Ja, du kriegst ein vernünftiges Angebot. Und wenn du die Finanzierung in die eigene Hand nimmst, nämlich durch den eigenen Finanzierungsberater, dann weißt du unheimlich schnell, ob derjenige sich das leisten kann. Wenn du dem vorne am Anfang die Frage stellst, haben sie eine Finanzierung? Und er sagt ja, dann kannst du damit dir den Hintern abputzen, weil das auch nichts wert ist, ja. Weil die Aussage da vorne, ob der Kunde jetzt die Wahrheit sagt oder nicht, weißt du auch nicht. Und es gibt, bevor es ein konkretes Objekt gibt, gibt es auch keine konkreten Finanzierungszusagen. Kein Mensch hat eine Finanzierungszusagen, die in irgendeiner Weise wirklich stabil und valide wäre in der Tasche. Hat keiner, ist Bullshit. Wer dir sowas erzählt, hat keine Ahnung von Immobilien und schon gar nicht von Finanzierungen. Ja, zu einer Bonität gehört immer ein Objekt und eine Person. Und da er das Objekt noch nicht hat, kann er keine Zusage haben. Also hört auf, an Märchen zu glauben und geht hin und seid kompetent und Profis und optimiert eure Prozesse. Und dann kriegt ihr auch Ruhe rein. Ihr kriegt eure Objekte verkauft. Ihr kriegt vor allen Dingen Kaufinteressenten ohne Ende. Ihr pflegt eure Kaufinteressenten, arbeitet mit denen ordentlich. Und ihr kriegt auch noch neue Objekte, weil ihr mit den Leuten gut umgeht. Und das ist das oberste Gesetz, mit Kunden gut umzugehen. Egal ob Käufer oder Verkäufer. Und wer heute in der Zeit mit Käufern nicht gut umgeht, der hat in diesem Markt nichts zu suchen. Und er soll bitte sich einen neuen Job suchen. Hier wird mit allen Kunden sauber, tiptop, 1A, auf höchster Ebene professionell gearbeitet. Und wer immer noch, wie vor 10 oder 15 Jahren, an dieses Märchen glaubt, der einzige Kunde ist der Verkäufer, der hat ganz, ganz gehörig etwas nicht verstanden. Das ist das Business, so funktioniert und nicht anders. Und wenn dich interessiert, wie du auf einer hohen Moral, mit tollen Werten und mit einem vor allen Dingen richtig coolen System als Makler erfolgreich werden willst, dann buche jetzt in der Infobox dein Beratungsgespräch. Komm zu uns, wir reden mit dir. Wir zeigen dir unsere Systeme, unsere Prozesse, die in allen Marktphasen echt super cool funktionieren. Unsere Kunden sind hellauf begeistert und die Kunden unserer Kunden vor allen Dingen auch, Käufer und Verkäufer. Und schreib gerne in die Kommentare rein. Abonniere unseren Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Hier wird Klartext gesprochen. Das ist uns besonders wichtig. Ja, keine Lügen, keine krummen Geschichten, kein Marketinggesülze, sondern Praxis für erfolgreiche Immobilienmakler. Und folge uns gerne auf den sozialen Medien LinkedIn, Facebook, TikTok und natürlich auf Instagram. In diesem Sinne, alles Gute, bis dahin, ciao.